Wilhelm Korsbeter war ein deutscher Politiker und Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Wilhelm Korsbeter besuchte das Ratsgymnasium in Osnabrück. Er war Teilnehmer des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918. Nach Kriegsende absolvierte er ein volkswirtschaftliches und staatswissenschaftliches Hochschulstudium in den Jahren 1919 bis 1923, 1923. Indem er 1922 den Titel Diplom Volkswirt erwarb, danach war er von 1924 bis 1933 als Journalist tätig. Aufgrund politischer Verfolgung war er in den Jahren 1933 bis 1939 arbeitslos. Er wurde von der Gestapo verhaftet und musste sich einem Verfahren wegen Vorbereitung zum Hochverrat unterziehen. Trotzdem engagierte er sich weiterhin mit illegaler politischer Arbeit. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er Stadtrat in Magdeburg im Juni 1945. Da er die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zu SED 1946 nicht unterstützte, geriet er unter politischen Druck. Die Kommunisten stellen über ihn als Stadtrat fest. Sein politisches Verhalten ist das eines rechten Sozialdemokraten. Bei ihm sind bisher so gut wie keine Anzeichen vorhanden, dass er die ehrliche Zusammenarbeit mit den Kommunisten sucht. Nachdem er beim Verbot der SPD in der sowjetischen Besatzungszone durch die sowjetische Militäradministration gemaßregelt wurde, flüchtete er aus politischen Gründen im Februar 1946 in den Westen. Er wurde im Juli 1946 Chefredakteur der Hannoverischen Presse. In den Jahren 1957 bis 1966 war er Mitglied des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes. Vom 20. April 1947 bis 30. April 1951 war Korps später Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Untertitelung des Niedersächsischen Landtages